Hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Wir präsentieren euch heute eine von den drei neuen Speisewagen von LSM Modells und zwar den EW R1, also von den Einheitswagen 1, die Speisewagen. Und zwar ist es hier diesmal die Artikelnummer V7268AC. Das ist der Mitropa Swisswagen. Diesen Wagen werden wir in einem Zugverband euch jetzt dann zeigen. Und zwar zusammen mit einem EW 4 Wagen im Zugverband und mehreren EW 2 Wagen im Zugverband. Gleich hinter der roten E442 als Lokomotive fungiert ein älterer Schweizer Postwagen. Viel Spaß damit mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. EW 4 Wagen im Zugverband. Ausatmen. Kineck. וזatom itchy die und Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.